moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen let's play auf diesem kanal slice of the sea ist im november 2021 herausgekommen und wir gehen direkt in ein neues spiel ja es geht ums meer nicht wahr fische musik ist übrigens ausgestellt nur dass ihr euch nicht erschreckt warum fehlt das hier musik ist ausgestellt ich habe wenig lust auf getöse was ist denn hier da sind leute wir spielen offensichtlich jemanden aus der unterwasserwelt hallo guten tag okay so okay rechts links kann ich kann ich gehen erstmal ein bisschen ausprobieren mit wie springen nach da geht es auch okay gut okay gut also wie springen es weiß ich noch nicht weil es war glaube ich am raum betreten ich mit der maus auch irgendwas machen kann ich okay gegenstand nehmen aha okay inventar schließen cool okay na denn so hier haben wir gekriegt brauche ich noch mehr muss ich da unten hin wahrscheinlich nicht mehr so okay was haben wir dann da hier kann ich nach unten gehen oder was und fähnchen das ist super so mit es kann ich da rein gehen ja fantastisch okay so da kann ich irgendwas machen gut bevor ich da reingehe wir gucken uns erstmal um guck mal wie cool unter wasser gibt es also auch glühwürmchen das ist fabelhaft das ist gut zu wissen können wir da schon reingehen ich mache es einfach mal halt mit es mache ich das ne ja okay und das kann ich nehmen ja sehr fein inventar ich habe eine kranspule okay cool so wie komme ich jetzt wieder raus hier okay mit es nach unten geht man auch wieder raus okay so wunderbar eine kranspule wofür hierfür da oben kommt eine kranspule hinein wie mache ich das so und da rein hier wollen ja okay das hält vielleicht nicht für ewig deswegen lieber weiter jo ist das jetzt hier einfach rüberspringen ist vermutlich nicht ne okay da sehe ich das ist ein stromkabel was kann ich jetzt weitermachen kann ich hier irgendwas machen nö nö hallo ist jemand da ach so das kann ach das kann ich mit der ok also unsere figur hier muss nicht irgendwo stehen sondern ich kann das auch direkt mit der maus machen ja ist gut okay verstanden okay so öffnet sich das guck mal ist das irgendwie eins hier gibt secrets jetzt möchte ich noch mal von vorne anfangen aber echt jetzt möchte ich noch mal von vorne anfangen wir haben bestimmt schon irgendwelche secrets übersehen ne na gut das kann ich alles einsammeln wie kommt's okay man muss also mit beiden arbeiten ihn hier bewegen halt ist hier irgendwas ne ne ist nix okay das da kommt da oben rein juhu und die helle bade da unten ne hier auch nicht da nein kann ich davon noch irgendwas nehmen sieht ein bisschen so aus als würde die da reinkommen aber das scheint nicht der fall okay da oben kommt er auch nicht hin cool so kann ich dich denn wieder hoch bringen drei punkte und so ein ding ist warte mal hier komme ich hoch okay ah wir können zurück gehen und können wahrscheinlich irgendwelche secrets die hier sind dann aufnehmen das mal gucken gibt sie irgendwelche secrets die flaggen machen mich nervös dass die farbmuster deuten doch bestimmt auf irgendwas sind so hier ist nix da komme ich wieder rein alles klar gibt sie secrets hallo okay da kommt irgendwas hinein aber wir haben die helle bade also ja okay noch haben wir nichts passendes dafür ist hier etwas passendes dafür nee nicht wirklich na gut na gut na da da oben kommen wir jetzt natürlich nicht mehr hin das ist blöd also wenn da ein secret wäre dann ist es schon alt warte da am torbogen ne da am torbogen ist nix okay nix 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 den steinhaufen können wir auch nicht kaputt machen was ist das denn hier unten da registriert irgendwas okay warum ist das so weiß ich nicht aber wir können es ja erstmal so lassen mal gucken was passiert ob wir es noch brauchen also alt nein nein warte 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 ich möchte hier noch oben bleiben weil das hier hätte ich gern harmonie glüfe okay ist die kommt die warte mal wo war denn das kommt die hier hinten rein ich erinnere mich nicht mehr genau so und alt ne rein kam die hier hin ne die ist rotenförmig doch ja die ist rotenförmig ne passt aber nicht ne ne passt nicht okay schade dann müssen wir über die ganze alt hier bevor ich jetzt irgendwas anderes mache hier ist es nicht okay gut das können wir auch nicht mehr schließen das ist wahrscheinlich auch besser so das heißt aber dass die harmonie glüfe da unten in diesen in diesen bunker keller was auch immer das da ist da hinein muss so hi okay so da sind wir wo könnte die hineingehören hier guck mal eine von drei leuchten leuchtet okay wir haben eine helle bade und wir haben eine harmonie glüfe da oben ist es drin cool komme ich denn hier zur seite weiter ne leider nicht leider nicht kann ich die helle bade da unten reinstecken ne auch nicht okay der pfeil liegt da so herum oh sieh an okay halt was für konsequenzen hatte das jetzt hier draußen hat das gar nichts zu bedeuten ne draußen ist da gar nichts drin okay kann ich die helle bade jetzt da reinstecken ne kann ich nicht mehr machen kann ich hier auch nicht kommst du jetzt da unten rein auch nicht aber guck mal es ist schon zwei von drei einer fehlt noch einen haben wir noch irgendetwas werden wir noch bewegen müssen okay so nix 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 kommt die glüfe hier drauf ne kommt die hier drauf ne äh kann man das abschneiden auch nicht okay okay guck mal da ist vorher dieses zeichen und dann dieses hm aber wenn ich hier wo kommt die dann hin und wenn ich springe dann springe ich nur da runter also wir kommen hier erstmal nicht weiter was kann ich noch tun hier oben irgendwas machen ne da drüben auch nicht muss ich das hoch bringen runter geht's so ne die dritte leuchtet leuchtet nicht okay kann ich die hier drauf eins setzen ne auch nicht hm irgendwas würde ich da hinten noch machen müssen ne am anderen Ende in der Höhle da sind wir bisher noch nicht reingekommen so also den zu auf okay nix nö so hier auch nix kann ich das wieder schließen ne ich wüsste auch nicht wozu halt warte mal da oben am Stein vielleicht ne da am Stein ist gar nix okay hm hier ist auch nix hier unten sehe ich jetzt auch nichts rumliegen ups so okay hm kann die hier reinkommen nein tut sie nichts was ist das da nix hm also ich hätte jetzt gesagt die muss tatsächlich da reinkommen aber das scheint ja nicht der Fall zu sein Toranschluss muss ich den jetzt irgendwie freilegen ne hm hm okay mit den Glühbirbchen kann ich auch nix machen so geh mal weg zack so jetzt nein hm hm und nun da leuchtet die Lampe gehörst du hierher gehörst du hierher gehörst du dahin nein auch nicht hm und nun nun hier scheinen wir nichts mehr machen zu können ne ist da was drin ne okay so raus was muss ich stattdessen tun so hier rüber so weit war alles okay hier war ja nix mehr ne hier war irgendwie auch nix ne hm hier können wir nur runter gehen ne also muss das wohl hier dran sein ist hier irgendwas ne hier ist gar nichts hm 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 passt nicht okay nehmen wir auch nix die Bretter da können wir auch nicht nehmen tja na toll ein Augenblick im Spiel und schon keine Ahnung mehr wo es weiter gehen kann okay was passiert jetzt gar nichts passiert das ist gut wenn jemand auf der Brücke ist dann funktioniert da funktioniert die Brücke nicht mehr das ist beruhigend zu wissen hier komme ich denn eigentlich oh ich komme wieder hoch ach guck mal ich komme wieder hoch ja cool kann ich denn irgendwas mitnehmen gibt es hier irgendwas habe ich hier irgendwas übersehen hier sind wir gestartet das ist ne da oben braucht man nix machen und hier ist ach du liebe Zeit was ist das denn was ist das okay wow was ist das und ein so stirbt man übrigens in dem Spiel hey cool wer bist du denn können wir dir irgendwas geben die Rune ne die Schraube hast du eine Schraube locker nö okay das hier leuchtet gar nicht mehr hat das vor ach das leuchtet nur wenn ich dann vorbeigehe was ist das da gar nix ist ja schon putzig gemacht ne hey mhm okay da kann man ran springen üben so aber jetzt müssen wir doch mit der Schraube müsste halt ne mit der Schraube was kann ich mit der Schraube machen kann ich die Schraube da unten einsetzen hui hui genau kann ich die hier unten einbringen also mal lass mich gucken ne kann ich nicht ha kann ich nicht und ich hab immer noch nicht ach so ach jetzt geht's ach okay jetzt funktioniert's gut wir gehen weiter oh wow was ist das denn hier da komm ich nicht dran lang ne ich kann auch nicht hoch springen in Ordnung so kann ich das machen gut aber erstmal gucken ob hier irgendwas ist nö den nehmen wir mit weg und dann kommen wir hier wahrscheinlich rein ne wir kommen hier rein cool okay noch mehr Pfeil und Bogen bing bing so da geht die Tür auf und da geht die Tür wieder zu ja schon schön okay so das können wir drehen jetzt 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 immer schneller 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 nein das wird nichts das können wir auch nicht rausnehmen gut alles klar wenn ich das jetzt immer schneller ach warte mal ich könnte eine der Kugeln nehmen und die einfach da drauflegen so wenn ich nun hier irgendwas drauf platziere das funktioniert erst gar nicht doch die Helle Bade könnte ich da drauf platzieren ne das wird nix ich kann auch keine der Kugeln abschneiden okay ein sehr kriegerisches Volk hier kann ich nichts machen nö da auch nicht die Leiter kann ich leider auch nicht mitnehmen so wenn ich das nur ganz schnell veranstalte das geht nicht Schraube ne ich kann da nichts drauflegen Harmonie ja ne kann ich nichts drauflegen okay ich muss irgendwas finden das schwer genug ist um es darauf zu platzieren oder einklemmen vielleicht das wäre auch eine Möglichkeit hm nein kannst du hier irgendwas mitnehmen oh ne halt wollte ich gar nicht aber ist auch okay so kann ich das wieder nach oben bringen nö kann ich hier denn irgendwas mitnehmen irgendwas schweres offensichtlich nicht und da geht er nur dorthin zurück hm zu schade gut na jetzt okay hier geht es nur nach unten ne okay schon gut na schön also wir müssen hier wohl irgendwie weiterkommen ne ähm ne warte halt 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 ne okay das können wir hier schnell bewegen aber die hier bringt nichts bringt mich weiter okay hm ne kann ich nichts mitmachen ne hm und hier kann ich auch nicht draufklicken ne hab ich denn irgendwas was ich hier machen könnte oh warte doch wie doof ich kann die helle barter doch ja okay alles klar das war's gut dann gehen wir mal wieder raus so auf ledermäuse hallo mausis okay wir haben zwei gefunden das hier und das da das haben wir aber noch nicht gesehen oder weiß ich nicht was sind das überhaupt für dinger ok was haben wir denn hier cool 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 aber benutzen können wir das irgendwie nicht hier fehlt ein fehlten Knopf können wir die Schraube da einsetzen ne da oben auch nicht ich schaue erstmal weiter erstmal rumgucken das sieht ziemlich kaputt aus hier wofür ist das gedacht da liegt da liegt ein Zettel ok verkrümmte 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 Notiz hm aber wofür ist das hier gedacht dass wir das hin und her schieben können oh ich kann das komplett hin und her schieben äh das ist nur für Spaß oder das scheint mir nur für Spaß zu sein ok wo kommt die Notiz hier dran vier Hebel vier Hebel nee das ist nicht hier mal gucken ob das hier drüben irgendwo ist oh was ist das denn hier da kommt ein Rad hinein da kommen wir noch gar nicht ran hm hm hier ist eine Tür und da kommt was Rundes rein eine Schraube wohl kommen ne da hinten müssten wir irgendwie rein kommen ah da haben wir das Rad ok mhm ok könnte mal das hier könnte dort hineinkommen ok cool damit kommen wir in die erste äh in das erste Haus hinein aha im Hebel betätigen aber sonst ist oh da guck mal Schublade ok das nehmen wir mit ach ist ja irre he 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 ok haben wir mitgenommen ich nehme mal der gehört dann hier hinein oder der hier dahin ja genau so und so ok farbhaft haha wir kommen dort hinein hüpf ok ok so was stand auf der Notiz zweimal noch da hm 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 tada so jetzt bin ich hier huhu gut wir haben den Weg freigeschaltet cool aber wir müssen doch noch zurück oder nicht ach das hier ist das ja das hier ist dies hier ja kann ich das benutzen ich kann es nur ansehen so nochmal ok das war es offensichtlich nicht ganz nach oben oder geht das noch tiefer ganz nach oben ganz nach oben ganz nach oben wunderbar und nix wie weiter oh oh im Schrank befindet sich gar nichts den Schubladen nichts ok haben wir hinten irgendwas das nehme ich mal weg so zack hui in diesem Schrank ist auch nichts hier ist oh halt ne hier ist ah hier haben wir ein Puzzlestück drin cool geht es noch da noch weiter es geht vielleicht sollte ich erstmal nach oben gehen da ist noch ein Puzzlestück astrein komme ich da überhaupt hoch ne ich komme da gar nicht hoch da ist nichts drin ok hier war auch nichts drin dann lass mal gucken ob hier irgendwas drin ist ein Puzzlestück jawohl ach es ist gerade gleich der ganze Schrank geöffnet worden und das letzte Puzzlestück cool dann setzen wir die Puzzlestücke nochmal hier ein da ist noch ein Buch drin ein Bibliotheksbuch mhm so dann lass uns das mal zusammensetzen zack und zack hey können wir denn schon weiter gehen ist das eine gute Idee ok ok oder sollte ich mich erstmal ne ich sollte mich doch wahrscheinlich hier oben ne hier oben ist nichts mehr und hier ist sicher draußen war doch auch nichts mehr oder hier draußen ist auch nichts mehr ok alles klar gut das war schon alles ganz richtig ja ja zack da sind wir ja so was haben wir denn hier was soll das bläh erschreckt mich doch nicht so hey hm was ist das hm das können wir ausschalten gut na schön ja ok ein altes bahngleis ein altes bahnsignal oh oh ah immer wenn wir hier passieren geht das nach oben aber mitnehmen können wir deshalb nicht mehr hier da ist doch noch ein alter Zug hm haben wir irgendwas was wir da vorstellen können das hier ne ok hier ist nichts weiter warum ist das wichtig wir kommen hier irgendwie raus na auch ha ok wow was jetzt was war das was hat das gewirkt hier kommen wir noch nicht durch ach so darum geht es wenn alles aktiviert ist dann kommen wir womöglich da hindurch hm so kommen wir da hindurch haha oj 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 was ist das denn hier ok da ist eine Sicherung drin sehr schön mehr brauchen wir aber davon nicht gut und sonst ist ja auch nichts na gut ok Ich habe das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Das geht mir einfach zu schnell. Okay. Achso, hier brauchen wir den anheben. Ja, das ist cool, aber geht nix. Kann ich irgendwas einsetzen? Irgendwas benutzen? Batterie? Hm. Nee. Gut. Ich habe das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Ich möchte nochmal zurückgehen. Das hier haben wir zwar hinbekommen, aber... Hm. Wie lasse ich die denn an? Kann ich da mit der Batterie was machen? Nee, guck mal, da unten sind fünf Dinger. Eins, zwei, drei. Okay. Irgendwas muss ich hier doch bestimmt machen. Kann ich den Laserpointer mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Mehr machen kann ich hier nicht. Brauchte ich vielleicht einen Spiegel oder so? Hm. Das Blatt Papier kann ich unverändert nicht wählen. So, aber immerhin, ich komme nochmal hoch. Hm. Kann ich hier die Batterie einsetzen? Nee, schade. Kann ich hier die Sicherung einsetzen? Auch nicht. Irgendwas wird das doch zu bedeuten haben, ne? Ja. Okay, wir sind hier in den Bereich hineingekommen. Aber davor war nichts mehr. Davor ist alles abgegrast. Okay. Ja, ist gut. Na schön. Irgendwas wird sich jetzt schon tun lassen. Hm. Oh, was habe ich denn da aufgesammelt? Eine gefleckte Muschel. Sieh an. Okay, ich muss nach gefleckten Muscheln Ausschau halten. Ist hier eine, wie sieht die aus? Die ist ja kaum zu finden. Nein, sollte es noch eine geben? Boah. Kann ich die hier draufsetzen? Nee. Kann ich das mitnehmen? Auch nicht. Die Schraube dort einbringen? Nein. Jetzt nochmal diese. Nee. Auch nicht. Gar nichts. Gar nichts. Okay. So, aber die gefleckte Muschel, die können wir hier draufsetzen, oder? Nee. Da drauf? Auch nicht. Okay, so ist der Kontakt unterbrochen. Ich hätte gesagt, dann bauen wir hier ein Buch ran. Oder die gefleckte Muschel halt irgendetwas, was hier den Kontakt unterbricht. Das nicht. Die Schraube? Auch nicht. Sicherung? Nö. Hm. Möchte keiner. Da geht gar nichts. Okay. Okay. Okay, so nicht. Warte mal. Hier geht das jetzt? Nein. Okay. Okay. Auch hier möchte die gefleckte Muschel nicht dran. Seht ihr hier irgendwo noch eine weitere rumliegen? Ich glaube nicht. Nö. Kann ich mit der Batterie dort etwas anfangen? Nein. Ha. Okay. Kann ich hier mit der gefleckten Muschel arbeiten? Nee. Hm. Sicherung? Auch nicht. Hä? Ich bin nicht ganz... Ich komme nicht ganz drauf, was es jetzt zu tun gibt. Was muss ich wohl machen? Da kann ich immer noch reingucken. Hm. Aber hier scheint es nichts zu geben, ne? Okay. Also hier. Das funktioniert nicht. Wahrscheinlich muss hier irgendein Signal reinkommen. Oder... Aha. Aha. Sieh an. Okay. Gut. Das war dann doch so einfach. So. Und Rinder. Ui. Was ist das denn? Nein. Nein, nein, nein. Ach weh. Okay. Ja. Schon gut. Hier sind ein paar Spitzen drin. Und da hinten sollte ich hinkommen wollen. Kannst du hier hochgehen? Kann er nicht. Okay. Aber er kann drüber springen. Okay. So. Tür offen. Und nix wie durch. Okay. Leute. Damit würde ich mich auch für heute verabschieden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Tschüss. Ist ja auch so. Tee auch mal ,